Eine Raupe frisst ein Blatt, frisst sich rund und richtig satt. Grüne Blätter immer mehr, grüne Blätter mag sie sehr. Eine Raupe frisst ein Blatt, frisst sich rund und richtig satt. Viele Beinchen hat sie auch, viele Beinchen hier am Bauch. Wie sie krabbelt auf und ab, findet überall ein Blatt. Krabbelt hin und krabbelt her und sie futtert immer mehr. Krabbelt hin und krabbelt her und sie futtert immer mehr. Unsere Raupe ist nun satt, richtig müde mag kein Blatt. Schläft in einem kleinen Haus, kommt als Schmetterling heraus.